2. Kapitel 2. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 3. Kapitel 3. Kapitel Kluibenschädel nannte. Aber der kannst du nicht sein, weil diese Geschichte schon lange Zeit zurückliegt. Kluibenschädel, sagte der Mann und lachte dröhnend. Von dem redet hier schon lange keiner mehr. Seit ihn damals so ein verrückter Alter im Brettspiel betrogen hat, besaß er kein Gesicht mehr unter den Leuten. Er fing mit jedermann Streit an und wurde irgendwann bei einer solchen Gelegenheit kurzerhand erschlagen. Seither bin ich hier der Häuptling. Wie heißt du? Lauscher nannte seinen Namen und dachte dabei, daß es wohl dieser Schlagetod gewesen sein mußte, der Kluibenschädel den Rest gegeben hatte. Diese Erinnerung schien den Riesen jedoch wenig zu bekümmern, sondern eher mit Befriedigung zu erfüllen. Lauscher betrachtete sein narbenzerhacktes Gesicht und fragte, wie soll ich dich nennen? Ich heiße Schwingshackel, sagte der Häuptling, und du kannst dir wohl denken, auf welche Weise ich mir diesen Namen erworben habe. Der Gedanke an dieses namensstiftende Ereignis schien ihm gewaltigen Spaß zu bereiten, denn er lachte noch einmal, daß die niedrigen Deckenbalken bebten, und sagte dann, du scheinst ein komischer Bursche zu sein, hast schon unterwegs viel Geschrei gemacht, wie ich höre, und jetzt hast du dich gar geweigert, vor mir zu erscheinen. Was ist eigentlich mit dir los? Das ist eine lange Geschichte, sagte Lauscher. Schwingshackel war sofort interessiert. Geschichten mag ich, sagte er. Setz dich hin und erzähl. Mit einer Handbewegung scheuchte er den anderen Rotschopf aus dem Raum, wie ein lästiges Huhn, dann ließ er sich auf die Wandbank fallen, daß die Bretter krachten, und wies Lauscher den Platz neben sich an. Also, sagte er, ich höre. Da berichtete Lauscher, wie ihn eine Hexe dergestalt verzaubert hatte, daß er den Aufenthalt unter freiem Himmel nicht mehr ertragen konnte. Den Häuptling schien das außerordentlich zu fesseln. Er hörte gespannt zu, fragte zwischendurch nach Einzelheiten und schlug sich dann wieder voller Erstaunen auf seine prallen Schenkeln. Schließlich sagte er, ein fabelhafter Zauber, und so praktisch. Hier, in dieser baumlosen Gegend, brauchte man einen solcher Art Behandelten also gar nicht einzuschließen, weil er überhaupt nicht weglaufen kann. Diese Hexe möchte ich gern in Dienst nehmen. Wo kann man sie finden? Überall und nirgends, sagte Lauscher, und nun mußte selbst er lachen, über die Art, wie Schwingshackel dieser Zaubergeschichte gleich eine nützliche Seite abzugewinnen, verstand. Sie hat sich in ihrem eigenen Netz gefangen und fliegt jetzt als Falke irgendwo unter dem Himmel. Schade, sagte Schwingshackel mit ehrlichem Bedauern. Aber auf dich brauchen wir wenigstens nicht mehr aufzupassen. Gibt es jemanden, der für dich Lösegeld bezahlen würde? Lauscher dachte eine Weile nach. Arnie Luca würde wahrscheinlich alles dran geben, um ihn auszulösen, aber sie war die Letzte, die er jetzt darum bitten wollte. Von seinen Eltern wußte er nicht einmal, ob sie noch am Leben waren, und reich waren sie ohnehin nicht gewesen. Barlow? Von ihm hatte er seit Jahren nichts mehr gehört. Er schüttelte den Kopf. Du hast einen schlechten Fang gemacht mit mir, sagte er. Ich bin nur ein umherziehender Flöter, der nirgends recht zu Hause ist. Wer sollte also Lösegeld für mich bezahlen? Ein unnützer Esser mehr also, sagte Schwingshackel. Vielleicht sollte man dich rasch beseitigen. Lauscher verging das Lachen, denn Schwingshackel sagte das mit der gleichen Sachlichkeit, als ging es darum, ob man einen Kalb noch ein bisschen mästen oder gleich schlachten solle. Doch der Halbkling zögerte offenbar noch, diese Sache so rasch zu entscheiden. Was ist das für Zeug, das du auf deinem Packpferd mitgeschleppt hast, fragte er. Eine Drechselbank, sagte Lauscher. Ich baue nebenbei Flöten und kann auch sonst noch allerlei Sachen aus Holz drehen. Auch Spielsteine, fragte Schwingshackel. Natürlich, sagte Lauscher. Auch Spielsteine in allen Formen, die du dir wünschst. Als letztes habe ich eine Wiege aus gedrechselten Stäben für meine Tochter gebaut. Der Halbkling hob ruckartig den Kopf, als habe er plötzlich eine frische Fährte entdeckt. Für deine Tochter, sagst du. Also hast du irgendwo eine Frau, die für dich zahlen könnte? Nein, sagte Lauscher. Diese Frau hat einen anderen geheiratet. Das hätte ich mir denken können, Schwingshackel haute mit der Faust auf die Sitzbank und brüllte vor Lachen. Hat sie dir einer weggeschnappt? Was bist du doch für ein armseliger Wicht! Dann beruhigte er sich wieder und sagte, Also drechseln kannst du. Das ist wenigstens etwas. Du wirst hier für mich arbeiten, und wenn wir ein Fest feiern, dann sollst du dich unter die Tür setzen, wenn du es draußen schon nicht aushältst, und uns mit deiner Flöte aufspielen. Dafür lasse ich dich am Leben und gebe dir zu essen. Er sagte das so, als erweise erlausche eine große Gunst, und er war dankbar genug, dass ihm die Bekanntschaft mit einer dieser messerscharfen Streitexte erspart blieb. Seither hatte er hier oben bei den Blutachsleuten in seiner Hütte gelebt, hatte Spielsteine aus Zirbenholz oder Ziegenhorn gedrechselt, und auch allerlei anderen Spielkram für die Kinder, und von Zeit zu Zeit zu den wilden Festen der Dorfbewohner auf seiner Flöte gespielt. Dabei war es ihm durchaus in den Sinn gekommen, die Tanzenden durch seine Kunst dahingehend zu beeinflussen, dass sie ihn gehen ließen. Doch er erinnerte sich noch genau daran, was dabei herausgekommen war, wenn er den Zauber seiner Flöte zum eigenen Nutzen gebraucht hatte. Und überdies, vorhin hätte er gehen sollen, in diesem felsigen Hochland, wo der nächste Wald unerreichbar weit entfernt lag. So war er geblieben, und hatte mit der Zeit die raue Sprache der Blutachsleute gelernt, so daß er nach einer Weile schon mit der alten Frau, die ihm das Essen brachte, ein bisschen plaudern konnte. Sie hieß Kivit, was in der Sprache dieser Leute Bergdole bedeutete, und glich mit ihrer scharf vorspringenden Nase tatsächlich diesen schwarzen, gelbschnäbeligen Vögeln, die tagsüber oben in den schwerelosen Flug um die Felsenspitzen kreisten und zuweilen auch bis ins Dorf hinunterkamen.